Genau, die habe ich gesucht. Ja, erst mit Baller, dann vermögen eine Schamotte. Minigum. Gewicht 18. Habe ich eigentlich eine Minigun? Ich glaube mal nachschauen. Ich habe eine Minigun. Und jetzt auch Munition dafür. Da müssen wir hin. Ich bin... Verdammt, Darksten. Hier war ich schon überall. Ich bin... ... 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 Aber eins ist sicher Eben waren hier keine Gegner Jetzt sind hier auf einmal Gegner Also kombinieren wir mal So falsch kann ich hier nicht liegen Ich steh doch auf der Markierung Ich kann doch gar nicht so weit vom Ziel entführen sein Ich kann echt inszenieren Nee, das ist ein Rundlauf Komme ich wieder vorne an der Ecke raus, wo ich eben war Das ist schon logisch Das ist das, was man eben von der Straße aus gesehen hat So, da oben sind wir hergekommen Gehen wir mal weiter Vorne war der Plunder Das ist eben das Mädel Dann gehen wir nochmal nach oben auf das Blutthof Was sonst gar keine andere Wahl Wir müssen da in diese Richtung Waffenhaus Weedon Da wollte ich ja auch nochmal hin Denn da gibt es noch eine Menge Waffen Die ich noch nicht rausgeholt habe Wenn die Gegner da zu stark waren Hier spricht Präsident Ihnen Hm 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 Hier geht es also auch nicht weiter Dann habe ich echt bald keine Ahnung mehr was ich hier noch machen soll Außer wirklich mal rum gehen Mach ich auch jetzt wirklich gleich Das sind alle meine guten Ideen aufgebraucht No change, no plane Hm 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 Mm Moin Jungs Was geht Diggas Ja dann lasst mich auch nur Ich mit euch auch nicht reden Ihr mich nicht mögt Haha Hey 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 Mädel Chill mal down da hinten Bist du Haha Dachte ich mir es doch Aber ich würde jetzt gleich mal einen Speicher machen Den Cut hinlegen und wie gesagt Bist du mal ein Kumpel oder Geh mal googeln und versuch mal da eine Lösung zu finden Weil ich komme hier einfach echt nicht weiter Ich habe echt keine Idee mehr Ich bin hier mit meinem Latein am Ende Das ist immer echt ein Rätsel Also wird mir nichts anderes übrig bleiben wie gleich mal jemanden zu fragen Denn ich kenne den Weg nicht Gucken was hier hinten noch eine Ecke ist Diese Richtung können sie nicht weiter gehen Bitte umdrehen Gedest 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 Bis dann Leute Tschau Gedest 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 Gedest